Die Landesregierung hat eine Bundesratsinitiative zur Bekämpfung der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern beschlossen. Gibt es wirklich so große Unterschiede in der Bezahlung? Ja, die Sozialministerin hat festgestellt, dass die Frauen bei gleicher Ausbildung und Qualifikation 8 bis 12 Prozent weniger verdienen. Dazu kommt, dass sie in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen, also dort, wo man gut verdient, unterrepräsentiert sind, sodass insgesamt dann die Frauen um ein Viertel etwa weniger verdienen als Männer. Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Was ist das Ziel der Bundesratsinitiative und was sieht sie konkret vor? Also die Bundesratsinitiative sieht vor, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen bei der Bezahlung hergestellt wird. Das ist einfach ein Gebot auch unserer Verfassungsordnung. Und dazu sollen zum Beispiel die Betriebe ihr Entgeltsysteme anonymisiert offenlegen, sodass man dann auch etwas machen kann und die Tarifparteien dazu verpflichten kann, die Betriebe gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, dieses wichtige Prinzip auch umzusetzen. Am 8. März ist Weltfrauentag. Was geht die Landesregierung noch an, um die Chancengleichheit von Frauen und Männern voranzutreiben? Ja, erstmal sind wir ja zuständig für den öffentlichen Dienst. Für uns selber, sagen wir mal. Erstmal haben wir in der Landesregierung so viele Frauen wie noch nie. Und wir müssen auch schauen, dass wir zoweit das Wahlrecht so ändern, dass Frauen stärker im Parlament vertreten sind. Aber auch in der öffentlichen Verwaltung sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert. Und da strengen wir uns auch sehr an, dass wir Frauen die Beförderungsmöglichkeiten geben, die sie auch brauchen, um aufzusteigen in der Verwaltung.